Stufe 2, ne 3 Stufe 3 Dann muss ich es halt auf der Bremse holen Zu schnell Ja, das war gut Wenn man die Streckenmöglichkeiten komplett ausnutzt, ne? Das kostet gut Hier bin ich eben ein bisschen zu schnell reingefahren Jetzt besser Wenn die Sonne so tief steht, ist es nicht so ein Nachteil, ob die Strecke kennt Ja, das auf jeden Fall Mit sowas habe ich schon gerechnet Jetzt habe ich wieder keine Chance Das hier ist eine geile Passage hier Das Auto ausheben Dann muss ich bremsen Und dann hier in einer affenartigen Geschwindigkeit In dieser kurzen Kombination Oder ich mir nicht vorstellen konnte Dass man hier überhaupt so schnell fahren kann Ja Ja Hier ist alles ein bisschen wechseln Ich habe mir Ja Aber wenn du das Schweden gerade schön nimmst, das ist... Das ist schon gigantisch Das ist geil, ne? Obwohl die Kurve leicht hängt nach außen, ja Du darfst nur einen Fehler nicht machen, du darfst nie vom Gas geben können Ja Du musst einfach den Hut aufstehen zum Lackfiff geben Sonst geht die Kiste weg Ja Oder auch mal funktioniert mit 200 Das ist auch schon gar nicht Das Schwedenkopf waren gerade ungefähr 230 Ja, da fährt auch ein sehr sauren Strich, ne? Ja 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 Ich verstehe Jetzt Aber Ja 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 Jetzt bräuchte ich Handschuhe, aber dann komm ich hier mit der Platze zwischen den Wittmann und den Engelstaubhebeln, ich bin nicht mehr richtig hin. Die Handschuhe sind nicht schlecht gegen das Schwitzen, aber die nehmen auch immer ein Stück weit das Gefühl. Bei den unterschiedlichen Bremspunkten von der Lara und von uns kannst du sehen, was mit der Bremse hier drin ist. Ich kann im Prinzip auf der Bremse 50 PS retten machen oder so. Ja, die Bremse, also die sind kaum wie verzögert schon, aber ich sehe das. Ja, das kann ich auch nicht. Und wenn die mit Straßenreifen, bringst du die sowieso nicht. Nein. Wirklich, wir haben geschmackt. Ah, besser, besser, besser. Ha, der Camaro fährt die Pussy Lang. Hier, weiß ich nicht warum die Lara so weit rüber fährt. Wirklich. Nein. Wirklich. 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 Göttempelr control. Göttelg few impresnet. Bis zum nächsten Mal. Niemals auf der Kuppe bremsen, immer vorher, immer nachher Das ist jetzt doof Damit der nicht weiß, wo die Straße lang geht, dann weißt du auch nie, wo der hinfährt Was erlaublich ist, dass die Reifen trotzdem überhalten Ja, aber...hört sich schon komisch an, aber...